Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Facu in every color, immer noch schauen wir gern zu, aber ist kein Problem Warte, dann bleib mal ganz kurz stehen Ey Warte Nein, jetzt steht der da auf dem Dach Ganz kurz? Ja, dann mach Ja, bin dabei Boah, ich dachte grad schon Alter, was hast du denn geschwört, ey? Ist halt echt so, ne? Alter, wie hast du ein Chat voll gespanscht Wie nochmal? Ey, wegen dir bin ich runtergeflogen, weißt du? Was? Warte, ich mach mal hier ganz kurz Ey, jetzt reg mal nicht auf, ey Ey, das regt richtig auf, wie der Chat dann voll gespans wird Dann spielen F1 Spielen F1, ja Was steht denn da? Was steht denn da? Steht da... Ey, steht das in Grau? Das steht in Weiß Steht in so richtig hässlicher Schrift Ich kann ja im Pool schicken Nein Ach ja Ey Warte mal Ja Tim, jetzt sag mal, ob du es jetzt nochmal kurz siehst Ja Siehst du das, Tim Ja Tim Tim, stand grad was im Chat bei dir Ja Ja Lol Mir steht immer was im Chat Ja, Torben Seid ihr soweit? Wie soweit? Achso, Tim nimmt noch nicht auf? Doch Doch Bloß, Jan hat es halt geschafft Das meinte wohl damit Seid ihr? Achso Hey Jan Ja auch ich schaff' mal was Hat sie ja echt geschafft? Huiuiui Das ist ja wieder vor der geile Slime-Parcours Lol Also darauf hab ich mich jetzt gar nicht einge- Hier drück' niemals Space glaub' ich Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuii Ich glaube, man könnte wieder sich so schön bouncen lassen. So, bong, bong, bong. Oh, jetzt bin ich gestoppen. Okay, da muss man wohl zwischendurch stecken. Ich dachte, ich kann das wieder so cool und lässig machen wie beim letzten Mal beim Slime-Parcours. Aber, oh, jetzt habe ich sie wieder voll vergessen. Aber dann ist das ja wohl nicht der Fall. Slime-Parcours cool. Hui, hui. Was, der hier ist richtig cool gemacht, ne? Ja. Das stimmt schon. Ach, willst du mich eigentlich... Alter, diese Map, ne? Die will einen doch echt komplett verarschen. Oh, Tim, du willst einen auch verarschen. Ich glaube, du wolltest das nochmal machen, Torben, weil es so viel Spaß bringt. Nein! Oh, ich habe den selben Fehler gemacht wie du, Torben. Ja. Hast du auch gemerkt? Ja. Wie das geht? Ja. Auch verstanden. Ja. Nein! Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Okay, jetzt. Ja. Ja. Ja, du hast es gemacht? Nein! Ach, der hat auch den Fehler gemacht. Ja. Ist das schön. Ja. Mit einfach alle drei... Sehr auf voll mies, Alter. Latim, hast du auch geschafft, dagegen zu dotzen? Nein. Nein. Sondern eins. Ja. Ich hatte voll ins Bild draufgelegt und dann bin ich leider doch gefällt. Oh, guck mal, ich habe eine hier, so eine. Das ist voll geil. Ja. Ja! Geschafft! Ah, ah. Hallo, Jan. Hallo, Jan. Ich habe den jetzt schon wieder gemacht. Finde ich zwar voll schön, dass jetzt endlich mal der Tag ist, aber... Ich habe es sogar mal als erstes geschafft. Ja, aber nur ganz knapp. Trotzdem als erstes. Und Tim schafft es nicht. Ich habe einfach gerade zu lange gebraucht dafür. Aber es bringt Spaß, die Challenge, würde ich schon sagen. Also Spaß bringt sie auf jeden Fall. Boah, da wäre ich jetzt fast mal angefallen. Bisschen Erfahrung? Ne, ich brauche keine Erfahrung. Bin ich sicher? Ja, also ich bin sicher. Sieht aber so aus. So. Ist doch ganz einfach hier, die Challenge. M-hm. Wir gehen einfach hier so in einem durch und dann macht man das schon. Guckt, boink. Boink. Boah. Boink. Nein! Ja, weil ich das eine Mal zu weit gesprungen bin, bin ich zurückgegangen und dann hat es leider nicht so ganz funktioniert. Aber das macht ja nichts. Wir überspielen das jetzt einfach gekonnt. So. Hui, hui, hui. Hui, hui, bringt euch Spaß. Ja, da sind Pilzkühe. Hallo, Pilzkühe. Ich möchte euch nicht töten. Ich frage mich, warum wir noch roten Teppich über den Slime-Blöcken machen mussten. Damit es eine Farbe hat. Ah, ja, stimmt. Die Farbe. Die ist ganz wichtig bei dieser Map. Hui, 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 hui. Ja, ich schaff's jetzt. Los, Tim, das machst du. Jetzt runter. Jetzt nochmal runter. Und jetzt shift. Und jetzt schaff ich's. Ja. Everything. Everything. Achso, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Everything. Hast du das geschafft? Nee, hab ich nicht. Alter, ihr macht einfach schon weiter. Ja. Ja, wie wär's nur mit warten? Nee, Everything mach ich gerade. Wie wär's trotzdem mal mit warten? Nein. Kennst du das? Nö. Wegen Gespanisch vor. Ist vereinfacht die Map, deswegen brauch ich nicht zu warten. Nein! Oh. Hui, hier gibt's auch ein Slime-Part. Das ist ja cool. Schwarz ist keine Farbe. Sondern? Schwarz gilt nicht als Farbe. Also ich weiß ja jetzt nicht, was der gemacht hat, aber... Schwarz ist einfach keine Farbe. Ich glaube, das sollte mich beeilen. Ich glaube, das sollte mich beeilen. Schwarz ist auf jeden Fall keine Farbe. Nein! Was ist denn das jetzt hier? Ein Vierersprung? Ist das schon wieder ein Mixer? Mann, nein! Da gibt's doch noch so ein Vierersprung. Ach, das ist ein Checkpoint. Warten wir bei Checkpoints, ja, ne? Ja. Okay. Okay. Atom! Ich hab mich gerade gefragt, was die Druckplatte macht. Na, muss ich auch noch... Boah, Alter! Hey, ich dachte, ich wollte es mal den Checkpoint ausprobieren. Guck, funktioniert doch einwandfrei. Moin Dance! Lol. To Silicon Valley. To, wow, what's going on? De, 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 tu, du, du, du. Ach, das schon sehr lustig, lustig, tralala. Ja, Tick für's Ben. es geht übrigens weiter schade das habe ich nicht mitbekommen der letzte sprung ist noch mal richtig fies ja dann habe ich auch verkauft also davor ist alles einfach und dann kommt der letzte sprung war easy ist das ja ein vierer sprung der war richtig einfach ja das ist auch voll wie ist er richtig einfach nein so nicht warte ich hab's geschafft danke jan so geht es auch nicht der checkpoint funktioniert okay er funktioniert nicht nein okay ist kein checkpoint dann wohl dann darf ich da aber auch wieder hinfliegen ja warte weiter müssen jetzt bescheid dass es hier kein checkpoint ist ja natürlich das ist es mal nach oben mir das überhaupt nicht aufgefallen ist kann ich mal kurz bitte im game mode 1 hier rein schauen ob das ein das ein effekt okay hallo 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 nein das war jetzt dumm das ist nur speed ich soll ich den vierer sprung noch mal machen ach das ist auch gar kein checkpoint ich weiß ja ich denke nicht hallo jan du auch hier ja schön hier ne okay aber das ist echt richtig aber das ist doch ein checkpoint oder dieser vierer sprung ist richtig einfach wenn man weiß wie der ja checkpoint hä wie geht da denn guck mal jan man springe hier nach ober so hopp hopp ich bin übrigens freiwillig zu dir gekommen ne also nicht weil ich runter gefallen bin und dann mache ich hier so und dann sprungtaste und sprungtaste also lehrtaste lehrtaste hui hui ja guck es geht doch voll hui mein kaphan okay ich meine ich muss sagen die haben es in sich diese zaunsprünge man ich bin schon wieder zu früh abgesprungen und der speed hat es auch in sich aber weißt du guck mal er hat überhaupt gar keinen fiesen speed genommen ne das ist eigentlich ich bin schon wieder zu früh abgesprungen oh shit schon wieder zu früh abgesprungen ja Tom war der erste checkpoint oder hier der zweite der wohl nicht äh der zweite ja okay bin ich da drauf geschwungen ja geht es hier noch weit joa weiß ich halt nicht weil die folge jetzt bald wieder um sein würde ja 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 okay dann hat es auch gemacht okay aber Tom dank dir verliere ich Hunger wieso dank mir ja weil du die hatte ich eigentlich nicht umgestellt nein lol bin ich einfach runter gelaufen ach das ist das große finale ne ja oh nein oh hey Jan ist gar nicht da der stirbt dann das ist kein checkpoint ja aber halt Jan ist nicht hier der stirbt dann ne das ist ein radius er zappt so ein schönes nein nein hey oh hier ist ein checkpoint hier ist ein checkpoint ach hier ist ein checkpoint Jan Jan war auch hier aber der ist gerade gestorben ja ach ich darf mich zu euch spotten dort hing nur eins Tim 537 ja hier ist ein checkpoint hier sind wir nämlich auch wieder respawn hier sind wir nämlich auch wieder respawn und hab ihn dann hier runter geschlagen weil du auf den Knopf gedrückt hast voll fies ne ach Junge oh sorry du bist der falsche nein hä wieso bin ich gestorben so schnell oh nein oh nein tut mir leid Jan jetzt hab ich außerdem den TV-Befehl noch drinnen gehabt danke jetzt bräuchst du die Sonne loszulaufen oh man gleich alter Tom ja was denn ich schock mich auch hier nicht ach schade 3 2 1 ist gelaufen na was oh Jan ey ich wusste es eigentlich hä wo hört das auf aber wir müssen sowieso noch warten Tom du weißt schon dass du jetzt gleich äh stirbst ja weil das noch nicht so gar weil das jetzt gleich erst ans Ende kommt haha reingelegt jetzt hast du Zeit verbraucht hä ich bin tot ich nicht hä ich bin gestorben ich nicht äh er ist mir wohl die Hand ausgerutscht oh ups wir auch ja das eh nicht mehr ach so da vorne war ich ja schon mal hier ist ein spawnpunt wieder ja ach Junge jetzt gehen wir noch nicht auf die Nerven Junge 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 warum gehst du mir auf die Nerven als ihr das das Audio noch voll lange meint ihr wir heute ist das noch in eine Folge aufsplitten oder nicht Tom weiß ich Jan Beratung sollten wir das in noch eine Folge aufsplitten oder nicht äh ist mir egal da kommt noch relativ viel scheiße vielleicht noch so ungefähr 3 Parcours ja ok den Spaß können wir euch dann in der nächsten Folge anschauen bis dann warum ich bin grad noch im Springen und ciao den Lauf darf ich jetzt ja wohl noch den Lauf darf ich jetzt ja wohl noch